Musik Das ist der Bernd und ich bin beim Wake Lake am Wörthersee. Was ist das genau? Was machen wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier bei uns Wakeboarden oder Wasserskifahren. Und Wakeboarden sind also das gleiche wie Snowboard, was auf dem Wasser. Und ist eigentlich die neue Trashboard. Bitte mit den Zehen reinarbeiten, dass du bestrehen bist. Okay, habe ich. Passt? Ja, passt. Musik Indra, du machst die Feder, du ziehst dich auch noch. Du musst die Hand nach unten halten und dann musst du die Arme strecken. Okay? Musik Also ich stelle mich ja hier an wie der erste Mensch. Ich komme immer schon so ein bisschen weiter, aber so richtig gut funktioniert es nicht. Aber hier gibt es eine Maschine. Das ist ein braun gebrannter Typ. Ja, so ein Surfer-Tüpp, so weißen Hahn auf den Armen und der kann mich mitnehmen. Der da. Das ist der Jonas? Hallo. So, jetzt fragen Sie sich bestimmt, wie soll der Indra mitnehmen? So, jetzt brauchst du dich nur mit den Füßen aus Bord, genau so wie meine Füßen uns verstehen. Okay. Jetzt kannst du ja meine Unterhangen festen. Ja. Und, der darfst du gar nicht machen. Okay, auf die Tätze. Zurückheben. Aufgeben. Das war total cool, wobei ich nicht weiß, was ich cooler fand, das Wakehorn oder Indem-Tipp. Cheers. Cheerio. Cheers.